Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 8 hier auf dem Kanal Mehrspieler. Mein Name ist Simon, wir haben in der letzten Folge den ersten Teil unserer Tochter eingesetzt. Ich komme bei der Story nicht so, das ist alles super weird. Also ich bin wirklich gespannt, ob das irgendwie halbwegs schlüssig aufgelöst werden kann. Ich meine, dass unsere Tochter kein normales Mädchen ist, haben wir ja mittlerweile durchschaut. Genau, Schritt 1, was ich diese Folge machen wollte, war auf jeden Fall mal beim Händler vorbeizuschauen. Und nochmal zu gucken, was mir hier alles so 25.000 bringt die Kristall-Lady. Das ist... Okay, okay. So, wir haben neue Sachen, die wir kaufen können. Ähm... 20.000 kostet das hier. Für die Rifle, für das Scharfschätzungsgewehr. Reduziert das Verwackeln der Waffe beim Zielen. Erhöht die Reichweite des Zielfernrohrs. Eine Rohrbombe. Minen. Noch mal eine Inventar, weitere Herstellung, Rohrbombe. Fancy, wenn wir die Rohrbombe herstellen könnten. Ähm... Wenn ich deine Waffen verbessern soll, sag einfach Bescheid. Okay, er kann jede Waffe nochmal weiter verbessern. Mit Vergnügen. Die Rifle ist nice, die mag ich. Ähm... Wir bringen die jetzt hier erstmal auf den aktuellen Stand. Dann können wir schauen... Ich möchte die Feuerkraft der Schrotwind als nächstes angehen. Ähm... Da brauchen wir allerdings noch ein bisschen Cash für. Hals- und Beinbrot. Dankeschön. Weird. Okay, also wir haben hier vier Wege. Von da oben kommen wir. Kommen wir jetzt jeden Weg entlang, ist die Frage, die ich mir stelle. Der Schlüssel passt... Ähm... Ich hab's nicht gelesen. Mit einem Ornament, der vier Flügel dekoriert. Ornament, die Flügel dekoriert. Ornament, die Flügel dekoriert. Ah, okay. Ach, das in der Mitte. Das in der Mitte? Ne. Also hier kommen wir nicht lang. Hier brauchen wir einen Schlüssel, der... Ne, die sind Embryot. Ah, okay, ja. Also hier sind... Zwei- und Vierflügel ist ein Unterschied. Also das hier ist quasi der geflügelte Schlüssel, der passt hier, wo oben die zwei sind. Und hier sind unten auch noch welche. Das heißt, vier Flügel, dann passt das nicht. Ich verstehe. Oh. Ähm... Ich muss mal gucken, wir können eine Menge Sachen craften. Weil wir keinen akuten Bedarf haben. Also ich... Crafte immer ganz gerne bedarfsorientiert. Also das, was ich gerade akut brauche. Dann hat man auf jeden Fall auch genug Material dafür. Ähm... Haus im Westen, roter Schornstein war der Call. Das ist ein roter Schornstein. Das ist ein röterer Schornstein. Das sehe ich hier irgendwo... Lükkantopen. Erstmal nicht. Also ich muss mich jetzt hier in diesem Dorf auch erstmal wieder ein bisschen orientieren. Und genau, hier kommen wir her. Wir sind jetzt hier beim ersten Haus. Dann können wir gleich hier mal schauen, ob wir durchkommen. Oder ob das ein abgeriegelter Bereich war. Also hier komme ich noch nicht rein. Aber da war ich schon mal. Oder? Würde ich jetzt sowas schließen? Ja. Erstmal schauen. Hier drin müsste noch ein... ein Fachsamm, was wir irgendwie aufschließen können. Mit einem Lockpick. Sieben Flinten-Munitionen. Die nehme ich. Haben wir nachgeladen. Alles perfekt. Irgendwas muss in diesem Haus hier noch versteckt sein. Können hier auch diese Steine irgendwo... Es würde mich wundern, wenn die hier auch versteckt sein sollten. Irgendetwas muss es hier noch geben. Oh, große Lükkants. Sogenannte Wolfsmonster von einst. Das haben wir ja schon mal gelesen. Ich erinnere mich. Aber was soll denn hier in dem Haus noch zu holen sein? Hier dieses Embryo-Symbol. Hm. Also ich wüsste jetzt nicht, was wir hier noch... ...übersehen hätten. Strange. Naja. Ich hoffe jetzt einfach erstmal, dass hier... ...keine Viecher sind. Und wenn doch, müssen wir schnell in irgendein Haus rennen und uns verbarrikadieren. Ah genau. Hier ist die Szene, wo... Oh stimmt. Den Riesen-Werwolf gibt es ja auch noch. Also das Spiel könnte uns noch so einige Boss-Gegner vorwerfen. Diesen Riesen-Werwolf. Dann hatten wir ja noch, ähm... ...Eisenberg. Und da waren ja auch noch ganz viele andere weirde Kreaturen bei. Weil ich jetzt nicht weiß, ob die eher Zwischen-Boss-Status haben vielleicht. Floss Dimitrescu, da war ich. Von der anderen Seite verschlossen. Okay, Orientierung. Also hier war kein Durchkommen. Hier ist auch kein Nadel. Das markiert uns das jetzt hier mit. Sehr schön. Das heißt, wir können mal hier gucken. Und dann hier können wir mit dem Schmiedemeister-Stöße. Also die Straße runter und dann einfach mal rechts gehen. Können wir knicken. Ähm... Dann können wir hier rein. Schauen, was hier abgeht. Diese Brunnen können wir immer noch nicht öffnen. Das Haus hier hat einen verdächtigen roten Schornstein, wenn ihr mich fragt. So. Ich habe aus dem Haus mit dem Schornstein einen Schrei gehört. Ich wollte nachsehen, aber der Weg ist verschüttet. Also muss ich mal den langen Weg außenrum nehmen. Wer hätte gedacht, dass das Loch in der Rückwand des Stalls nützlich wäre. Wenn ich bis zum Morgen nicht zurück bin, gehe ich schon mal alleine zu Lucia. Vater. Okay, wir müssen also durch den Stall. Alter Schwede. Was war das jetzt für ein Geräusch? Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch war, aber es hat mich komplett erschrocken, auf jeden Fall. Warte, also das hier wäre der Weg durch. Okay, irgendetwas scheint hier... Ist mal der anderen Seite verschlossen. Irgendwas scheint hier mit dem Stall nicht so ganz zu stimmen. Wollte mich aber nochmal weiter umschauen. Komm ich in den Keller rein? Da kommen wir her. Hier gehen wir... Mal lang. Stimmt, hier sind wir durchgegangen. Ich habe gar keine Orientierung mehr. Hier ging es zum Schloss Dimitrescu, oder? Was ist hier passiert? Hier ist ein Bootsanleger. Hm. Okay, keine Ahnung. Also ich dachte, das Gebiet würde ich kennen, aber... Ich meine, wir haben die Tür ja selbst aufgemacht. Ich meine, wir haben die Tür ja selbst aufgemacht. Ähm... Um... 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 Ja doch, diese Minen gefallen mir Also wir haben die Tür selbst aufgemacht Aber ich weiß nicht mehr in welchem Kontext Oder was hier passiert war Oder sind wir dadurch verschleppt worden Oder ich hab's nicht mehr Nicht mehr im Kopf Ähm Das ist hier die Kirsche Unser Safe Spot Ich kann mich an die Kirsche erinnern Aber nicht an Das hier Protokoll von NH DIL 35 Ankunft Keine Anzeichen von EW Slash RW Dörf infiltriert Begegnung mit mehreren Bio-Waffen Okay, also das sind wohl Alles Bio-Waffen Trotzdem Hinweis auf EW gefunden Ähm Wie heiße ich nochmal Ethan Ethan Winter Rose Winter Wahrscheinlich Also Okay Hinweise auf uns gefunden Aufenthaltsort von der Tochter unbekannt Was ist in der Kirche eingerichtet? Vorgehen LBTDK9 Das sind wahrscheinlich Leute Ähm Durchsuchen des Labors Analyse der Pilzproben Alpha-Infiltration der Fabrik Die Fabrik Hatten wir gesehen Durchsuchen des Labors Labor wüsste ich jetzt nicht Also Fabrik werden wohl auch noch landen Das haben wir in der letzten Folge gesehen Die Fabrik Also sind wir hier nicht mehr alleine Wir werden auch von Menschen gesucht Bio-Waffen Das Ding ist Das hier ist alles so abgespaced Für Dass es einfach Unsere casual Bio-Waffen sind Ich weiß halt nicht wie Wie das alles zusammenpassen soll Wir sind jetzt hier in diesem Bereich Ähm Genau Also wir hätten hier durchgehen können Um nach hier unten zu Zum Schornstein zu kommen Weicher Punkt Hier ist Haus Aber wir können uns auch erstmal hier noch umschauen Das hier war alles abgesucht Das bedeutet Wir könnten Das bringt uns nichts Nicht Fische fangen Ich muss mir gleich die Fische nochmal angucken Wenn die so markiert sind Aber wir können auf jeden Fall hier Mit unserem Schmiedereisernen Schlüssel Mal einen Blick hinterwerfen So unser typisches Collectible Ich höre da hinten irgendwas Ich kann es noch nicht zuordnen Also das ist eine Grabstätte Hier sind Gruften Glaube ich würde man das nennen Von der anderen Seite verschlossen Hühnchen Okay Also Hühnchen kann ich schon mal nicht killen Aber das bedeutet Es gibt ein Szenario In dem wir hier aus der Gruft rauskommen Ich meine wir hatten schon eine andere Gruft gesehen Auf der Karte Ich weiß nicht genau wo das war Klingt nach einer Stelle die theoretisch sein könnte Wo war denn diese andere Gruft nochmal Hier genau Da war irgendwas drin Aber da habe ich auch noch keine Idee Wie ich da drankommen soll Na ja schauen wir mal Ob sich da irgendwann in diese Richtung Mal was tun wird Ähm Ansonsten bleibt uns ja wirklich nur Hier durchgehen Und dann mal gucken Wo die Geräusche da unten herkamen Wo ich auch dezent wenig Bock drauf habe Also Vierflüge Hier können wir nichts mitmachen Schmiede Eisenach Vorhänge Vorhänge Die können wir alle theoretisch clearn Okay Ich glaube ich habe mich jetzt wieder Ein bisschen Organisiert und orientiert Wie wie jans Teddy Gold Hier unten war ich gar nicht drin Okay Dann wollen wir mal hier durchgehen Und schauen ob wir Ob wir herausfinden Was da mit dem Stall los ist Die eindeutige Vermutung lautet Äh Wehrwölfe Immer nochmal Scheißausdurch suchen Oh Den kann ich zur Seite schieben Will ich das denn? Er klettert übers Haus Der Rabauke Warum bist du so mobil? Före auf damit Ich mag es nicht Wenn du mobil bist Da hat er uns natürlich Ein bisschen getrickst Okay also Rifle macht auf jeden Fall Heftig Damage Gegen die Und die Schrot Findet es auch sehr gut Ähm Pistol Da brauchst du wahrscheinlich Immer noch Einige Headshots Für Das war wohl nicht Das sicherste Versteck Würde ich vermuten Und nehmen wir denn hier Spielzeug nicht Hier waren wir schon Auch schon drin Ich erinnere mich Jetzt sind wir wieder Im unteren Teil des Dorfes Wo wir Mal begonnen hatten Warte was ist hier los? Hier kann man Untersuchen Ach jetzt sehe ich nicht mehr Was ist da zu spannend Natürlich Quatsch Schlüssel und Schatzkarten Brauche ich da nicht Irgendetwas fehlt Also ich könnte etwas An den Traktor Hinten dran hängen Um den wegzuziehen Damit wir hier durch können Ich weiß es nicht Ähm Wir werden jetzt jedenfalls Genau Also hier in dem Bereich Können wir nicht Wir werden nach hier gedrängt Mal gucken Mal gucken Welches Haus Wann ist das mit dem Schornstein Scheinbar auch keins Was jetzt hier In unserer unmittelbaren Nähe ist Hier hinter waren wir Noch nicht Nee Do not enter Da müsste ja quasi Ein das hier Wahrscheinlich Das mit dem Schornstein Gewesen sein Vermute ich Do not enter Können wir uns dann Bei Gelegenheit mal Anschauen Hier die Häuser sind Aber auch noch nicht Komplett untersucht Ich weiß nicht Ob ich hier Einfach nicht Vernünftig Gestaut hatte Letztes Mal Weil wahrscheinlich War hier eine Panik Situation mit Äh Mit diesen Viechern Dann ist es klar Dass ich es nicht Gesehen hab Von der anderen Seite verschlossen Da waren wir doch Schon mal drin In dem Haus Okay Aber da können wir Jetzt auch nicht Hier steht der Traktor Das heißt Unser einziger Weg Ist do not enter Das lasse ich mir Natürlich nicht Zweimal sagen Aber das hier Scheint auch nur Eine kleine Sackgasse Zu sein Die Werkstatt Hier finden wir Ja eventuell Das was wir brauchen Um Unten den Trecker Zu bewegen Hier brauchen wir Eine Kombination Was zur Hölle Ah du kannst mir nicht Erzählen dass hier Nur Biowaffen Merkwürdig sind In diesem Ort Er hat irgendwie Einen Reaktor Eingesetzt Oder was Sieh aus dem Fenster Look out the window Aha Hier steht der Code Das war ein guter Effekt Alles klar Die Arschlöcher Das war voll geil Okay Da haben sie mich gecatcht Okay Ähm Also 07 04 08 07 08 08 08 08 Und Endlich Eine Wagenheber Kurbel Ähm Ich sag endlich Weil Das sieht für mich danach aus Ich könnte mir damit Vielleicht auch die Brunnen Hochkurbeln Sowas Kurbelmäßiges Brauchen wir da ja Auf jeden Fall Zeig mir nochmal Hier mein Inventory Ja Tatsache Eine vollautomatische Pistole Okay Eine kleine Halbautomatische Eine vollautomatische Pistole Vollautomatisch Ich weiß nicht ob das Richtig übersetzt ist Aber ich würde Vermuten Dass ich die gedrückt Halten kann Quasi Ja aber vielleicht Jedenfalls mal Eine Pistole Die ein bisschen Mehr Damage Macht jetzt Ich sehe hier direkt Schon wieder Freunde auf mich warten Okay Die hat Okay Das war unsere alte Pistole Aber die hat auf jeden Fall Auch gereicht Um die Hier zu erledigen So Hat funktioniert Mal alle Waffen Wieder nachladen Also Kann ich hier Hochkurbeln Irgendetwas fehlt Ne Leider nicht Ich weiß sogar nicht Ob ich das Was da Unternehmens rausfallen will Also unsere Wagenheber Kurbel Die ist dafür Nicht geeignet Vollautomatische Pistole Die hat dieselben Kugeln Ne Ich vermute Einfach mal Dass die bessere Werte hat Ich weiß es Natürlich nicht Müssen wir mal schauen Falls uns Gegner entgegenkommen Ja schade Also das können wir Jetzt Boden können wir Immer nicht hochholen Aber dafür können wir Hier den Wagen Heber Bedienen Ah so Funktioniert Die Kurbel Ich verstehe Haben wir die noch Dabei jetzt Sieht nicht so aus Okay Aber dann war das Wirklich nur das Teil Für dieses eine Rätsel Ein bisschen Sad ist Erwartbar Das ist jetzt einfach nur Das klang doch so nach Als Klang nur nach Als wenn irgendein Viech Draufgesprungen Aber sieht nicht so aus Die sehen Eher aus Wie irgendwelche Viecher Hier ist eine schöne Sackgatze Die nehme ich auf jeden Fall mit Okay Den ersten können wir hier Mit einem gekonnten Kopfschuss Ausschalten Und den zweiten Da können wir dann mal Die Pistole testen Ah sie ist tatsächlich Voll automatisch Okay Also ich konnte jetzt Einfach gedrückt halten Und die Pistole hat Den Rest gemacht Ah die Rifle Die gefällt mir auf jeden Fall Sehr sehr gut Mal schauen Jetzt haben wir noch Eine Waffe Die wir verbessern müssen Also Cash ist echt Hardcore needed Aber wir sind jetzt Zumindest wieder Im anderen Ortsteil Und können Hier von der anderen Seite Nochmal das Gebäude reingucken Hier entlang Von der Seite hier War es verschlossen Hier lag mal ein Pferd Das weiß ich noch Oh stimmt Die ritten Ja später Aber auf den Pferden Da habe ich glaube ich Damals gar nicht Die Conclusion gezogen Ähm Aber können sie Auf jeden Fall Gefundene Zutaten Können sie bei Duke Abliefern Also können wir Fische Und Hühnchen Vielleicht doch auch Bei ihm abliefern Ich glaube die alte So dann können wir hier Den Durchgang mal aufmachen Dann müssen wir nicht Jedes Mal unter dem Unter dem Ding durchkriechen Oh die werden auch Dann als Erlegt markiert Bild Das heißt Das Geflügel kann ich holen Und die Fische kann ich auch holen Geflügel hier oben Wo hatte ich denn damals Noch Fisch gesehen Unten am In der Höhle War mal Fisch Ne Okay Da brauchte ich auch irgendwas Ich weiß auch nicht mehr was Naja Teil Reste Das Schloss ist leicht zu knacken Ich habe leider nichts dafür dabei Okay wir versuchen jetzt erstmal zum roten Schornstein zu kommen Und dann müssen wir später nochmal losziehen Und Zutaten holen Wobei das Geflügel was hier ist Hier war irgendwie dicht Oder sowas Ne Oder kam ich Ne genau Hier kam ich von Da hin Ja Ich habe Halt nicht so einen guten Orientierungssinn Leider Ich muss da schon mal ein bisschen schauen Ich hoffe das ist nicht Allzu spörend Das bringt Cash Ob wir die Teile noch immer aktiv Booten können Die hängen ja jetzt auch schon eine ganze Zeit da Das sieht nach einer Ungünstigen Gesamtsituation aus Eine Rohrbombe Ah das schadet wahrscheinlich nichts Noch eine Rohrbombe Ich denke mal Es ist relativ klar was hier passieren wird Wir werden hier wohl fighten müssen Gegen Minimum Drei Die ich sehe Einen können wir schon mal Raus nehmen Direkt Ja das sah auch schon mal sehr gut aus Ich dachte kurz Dass das ein Doppelheadshot gewesen wäre Dass er beide Köpfe weggerissen hätte Dann hätte ich mich auf jeden Fall gefeiert Für den Shot Aber okay Hat funktioniert Das ist echt creepy wie die da rumsitzen Aber wenn man ein bisschen drauf achtet Dann Geht's auf jeden Fall Wir haben Ich bin mir fast sicher Dass ich herausgefunden habe Wofür ich die Rohrbombe brauche Dann Ich bin mir fast sicher Ich bin mir fast 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 okay ein perfekter kristallschädel also wenn wir jetzt öfter mit solchen leuten zu tun haben dann aber dann ist wild ich glaube wir haben uns trotzdem ganz gut geschlagen weiß halt leider nicht so richtige schadens anzeigen oder sowas hat man nicht ich würde gern wissen wie sich die eine waffe verbessert gegen die waffe unverbessert schlägt und dann könnte ich nämlich auch herausfinden welche ich lieber spielen möchte hausbesitzer vermisst bis auf weiteres kein zukunft zutritt in zukunft na da kommen wir jedenfalls rein hier kommen wir auch rein hier kommen wir dann hoch ich hau hier erstmal den spiedeeisernen schlüssel in die türe was ist denn das hier für ein building links okay die türe sieht sehr zu aus und scharfschützen moni und hier geht's auf dem dach was das mit zu bedeuten hat rundenkorbel ist eine nice sache also ich könnte hierüber einfach hier runter gehen zum roten schornstein okay das heißt das haus hier ist das mit dem roten schornstein von der anderen seite verschlossen alles klar aber das machen wir gleich erst weil wir schauen uns erst mal das an was sich hinter dem vorhängeschloss verbirgt hausbesitzer vermisst nämlich also rechts ein häuschen und links ein haus so was in der art hatte ich vermutet oh ein körper von einer puppe hier ist wieder so ein collectible tut mir immer weh wenn ich munition dafür verwenden muss aber ich sag mal pistolen munition haben wir eigentlich relativ viel aktuell was steht denn hier sehr geehrte besucher aufgrund der langen abwesenheit des geigenbauers habe ich seinen schlüssel in verwahrung genommen wer ihn braucht möge sich bitte bei mir melden grüße josef simon gärtner des hauses beneviento ok das heißt ich finde den schlüssel im haus des 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 ha Dann können wir jetzt aber Mal zu unserem gesuchten Schornstein gehen Und uns noch mit den Hühnchen rumschlagen Okay, also ich kann sie doch mit dem Messer aufschlitzen Hm, warum ich da eben nicht getroffen hatte? Keine Ahnung So, wir öffnen uns mal den Weg zurück Wir können uns den Weg hier hin öffnen Das ist das Haus, wo uns der Kaufmann reingeschickt hatte Letzte Folge hat er uns gesagt, wir sollen hier hingehen Großer Kristall Was haben wir denn hier oben? Komme ich hier untenrum gar nicht in das Haus? Ich habe es jetzt nicht probiert, aber ich würde mal vermuten Dass es dann darauf hinausläuft, dass ich hier rein muss Sieht nicht so aus, als hätte die Person hier drin großartig lange überlebt Ähm Kann ich den Weg hier morden? Das war ein, nein Das hat ihn ordentlich zerlegt Hm Ich glaube, die Dame Okay, es gibt mehrere Schlüssel Der geflügelte Schlüssel ist lediglich ein Teil eines Ganzen Drei weitere Teile vervollständigen Drei weitere Teile Also wir haben einmal Den geflügelten Schlüssel da oben links Den haben wir Dann haben wir oben rechts den Mit den unteren Flügeln Und dann unten noch Einen, der die nach rechts weg hat So wie es aussieht Und was das Was das daneben ist Verstehe ich nicht so ganz Uh Wir haben Jetzt den vierflügigen Okay, wir haben den anderen Den anderen Schlüssel auch direkt hier gefunden 1. Februar Ich habe Mutter Miranda Zwei Ziegen geopfert Habe Mutter Miranda Wolle gebracht Sie hat mir aufgetragen In den nächsten Tagen Medizin und Werkzeug für sie zu beschaffen Ich frage mich bloß wozu 8. Februar Keine Nachricht von Mutter Miranda Das ist völlig außer Kontrolle Das Vieh ist völlig außer Kontrolle 9. Februar Mir wurde aufgetragen Das Verlangte bei Sonnenaufgang In die monolithische Kirche zu bringen Und was ich dort sah War schauderhaft Die Ehrenwerten Vier Grafen und Gräfinnen Waren da Und Mutter Miranda Hatte ein Kind auf dem Arm Das muss dann quasi Rose gewesen sein Sie flüsterte etwas Und berührte das Kind Es fällt mir schwer Sie in Worte zu fassen Aber das Kind Wurde zu einem weißen Kristall Und dann hat sie Konnte mich nicht beherrschen Und fragte sie Ich konnte mich beherrschen Und fragte sie Warum sie das machte Aber Mutter Miranda Lächelte nur Und sagte Das ist das auserwählte Kind Was auch geschehen mag Es wird seine ursprüngliche Form Zurückerlangen Schon mal gut für uns Dann gab es jedem der vier Einen Teil des Kristalls In einer Art Fläschchen Und sie verschwanden Ich vergaß völlig Mich von Mutter Mich von Mutter zu verbeugen Bevor ich weglief Ich zittere immer noch Was hat sie getan? Wer ist dieses Kind? Also wir sind quasi Unsere Tochter ist quasi Zu Kristall geworden Und dann In vier geteilt Aber was auch immer geschieht Sie erlangt ihre Natürliche Form zurück Okay Und wir haben jetzt Einen neuen Schlüssel Den vier Flügerigen Schlüssel Also ich würde sagen Wir Hier kommen wir mit dem Nee Vierflügerige Embryo Ah okay Das heißt Da muss jetzt quasi noch So ein Embryo Schlüssel rein Oder sowas Aber wir können uns mal Nach Brunnen Und Ähm Kieren umsehen Hier ist auch zum Beispiel Schon der erste Brunnen Mal gucken was wir hier Rausholen können Mit der Brunnenkurbel Ein geschnitzter Kopf Okay Die Kurbel nehmen wir von selbst Wieder mit Das ist ja schon mal Nicht verkehrt Also hier runter gehen Hier durch Und dann kommen wir hier Zum nächsten Brunnen Und dann kommen wir ein dietrich teilreste war ich hier drin von der anderen seite hat uns das schwein angegriffen hier war doch irgendwo genau hier konnte ich den dietrich verwenden scharfschutzmonie nehme ich ok also ich werde jetzt noch diesen dorfkram hier fertig durchsuchen mich erstmal wieder zurück und dann werden wir nochmal mit duke sprechen ich glaube das war sein name und mal schauen was er uns noch zu erzählen hat zu dem neuen schlüssel wo wir dann mit dem neuen schlüssel hinkommen schauen wir uns in der nächsten folge an aber ein bisschen haben wir hier noch zu gehen brachliegende acker hier oben gab es noch einen brunnen da kam ich über den dings hin da kam ich dann hier über den brachliegenden acker scheinbar ok dann gehen wir erstmal hier über den friedhof und schauen da rechts vorbei aber auch wenn das hier jetzt nicht vielleicht vielleicht nicht so ultimativ spannend ist aber wir gucken auch kurz nach dem fischen ähm lasst euch töten fisch cool alles wichtig wenn ich sehe was wir noch für waffen upgrades und so holen können bleib hier ok also die fische haben wir gesnackt der acker war hier oben ne ah ne der kam ich mit dem embryo gedöhnt das durch mit dem vier flügeligen embryo haben nochmal kurz zwischenspeichern hier ist der acker genau da oben war nur der friedhof hier waren die hündchen von eben ok alles klar hier wart ihr doch ja haha dich meine ich und dich meine ich auch nur die beiden nur die beiden ok mal schauen also hier auf dem acker waren wir noch nicht seit der letzten seit dem letzten mal wo wir hier waren denn da oben los wir fliegen jetzt auch so so monster rum und ich glaube in lucias haus muss ich eigentlich nicht mehr aber wenn ich da oben zum brunnen will werde ich mich wohl den 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 hier stellen müssen ok ich glaube das wackeln in dem bush da vorne war nur nur der nur der gestorbene fliegende hier sollte irgendwo noch hündchen sein ja bleib hier hündchen ok ach guck mal hier waren wir auch gar nicht letztes mal aber geil ok und dann hoffe ich mal dass ich hier durchkomme ohne attackiert zu werden roten moni müssen wir uns auf jeden fall bei Zeit so viel zu ohne attackiert zu werden ok ok aber die waffe scheint auf jeden fall gut damage zu machen hier also die fliegenden verstecken sich hier teilweise auch im hohen gas oh hier gibt's neues 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 wild zu holen komm her ja werde geneift oh das macht mir voll damage geht drauf wie viel hältst du aus ja was wie viel leben hat das ding das hält ja mehr aus als unsere unsere gegner sonst holy shit ok das hat mich grad ein bisschen surprised wir können nochmal oh was haben wir denn hier schaut mal gut dass wir nochmal hier vorbeigucken lucia's helskette hm da gibt's ach das ist glaube ich nur loot von einem den ich den ich abgeschossen habe müsste zumindest so sein explosiv geschoss was wofür wo haben wir es denn wild erlesenes wild von seltenen schweinen ok ähm ein explosives geschoss das weiträumig schaden anrichtet sieht aus wie ein granatwerfer auf dem picture magnum munition magnum munition ist natürlich frag mich ob wir jetzt gerade quasi zu weit für das spiel erkunden hier weil das wir jetzt schon ein paar ein paar waffen teasert die ich ja gar nicht besitze aber ich meine magnum und äh ein granatwerfer da bin ich auf jeden fall für zu haben waren die letztes mal auch schon hier? ich glaube schon ok also dann haben wir jetzt hier den bereich nochmal angeschaut mhm was gab es jetzt noch hier hier kamen wir mit dem schloss hin den fisch haben wir hier raus geholt da können wir nichts machen ok eigentlich bleibt uns jetzt erstmal nur noch der weg zurück zu ihm und dann können wir theoretisch halt hier in den ostteil rein ne ne können wir gar nicht wir können doch hier oben ok der ostteil ist noch versiegelt dafür fehlt uns noch etwas ok aber wir gehen erstmal zurück gucken uns an was er zu sagen hat wir sind auch schon wieder bei 51 minuten ich glaube dass das dann auch ein ganz passender moment ist nochmal eine break zu machen und dann können wir nächste folge wieder in wirklich neue gebiete rein starten und vor allem können wir uns mal anschauen was er mit mit seinen zutaten so von uns möchte oder was wir mit unseren zutaten bei ihm machen sollen aber auch da ja na und etwas herausgefunden hab das gefunden nun sagen sie mir wie ich das in ordnung bringe ganz ruhig erst musst du mit diesem schlüssel die anderen flakons mit rose finden wo sind die anderen es gibt vier insgesamt einen hast du die restlichen haben die grafen grafen mutter miranda ist die kalte egoistische herrscherin dieses dorfes ihr dienen die vier grafen eine von ihnen kennst du bereits lady demitrescu die zweite lebt tief im nebel des tals die puppenmacherin donna beneviento keiner ihrer spielgefährten hat das modrige alte anwesen je verlassen der dritte ist moro ein sonderbarer zeitgenosse der im stausee bei den windmühlen wohnt allerdings soll nicht nur er in dem see sein unwesen treiben der vierte und gefährlichste ist heisenberg er arbeitet in der fabrik außerhalb des dorfs was er da macht sagen wir manche menschliche fantasien sollten fantasien bleiben wenn du deine tochter wirklich retten willst musst du alle vier flakons finden ich habe die aufenthaltsorte der grafen auf deiner karte für dich markiert im dorf gibt es einiges an schätzen zu holen ich bin sicher sie werden dir von großem nutzen sein warum helfen sie mir das ist alles teil meines vorzüglichen kundenservice lass dich bald mal wieder blicken keine ahnung was bei ihm abgeht aber holy shit ich hatte gar nicht so unrecht als ich damals gesagt habe dass das vermutlich unsere boss gegner sein werden pappenmacher altes verrotzertes anwesen gar kein bock drauf see wasser schwimmen monster gar kein bock drauf fabrik heisenberg ok bin ich mal gespannt also wir haben hier oben das müsste dann puppen machen ne lady dimitrescu das ist das schloss ok ah da komme ich jetzt mit dem mit dem schlüssel nicht aufgemacht habe wieder hin oder bekartet dann haben wir hier unten den see der kommt als zweites oder drittes wenn wir lady dimitrescu mit bedenken und hier oben ist das anwesen der puppenmacherin donna gut das heißt wir müssen hier oben wirklich irgendwo lang oder durch das wasser ok ne wasser mit dem boot kommen wir vielleicht zum see runter hier über dem fluss was wir mal gesehen hatten heisenberg ist jetzt noch nicht markiert der ist in der fabrik außerhalb es gibt noch waffe in der wassermühle es gibt noch zwei schätze in diesem dorf zu finden die ich auf jeden fall gerne noch clearn würde schatz unter der festung kannibalenbeute müssen wir mal gucken ob wir in die richtung irgendwie kommen ich würde jetzt erstmal gerne noch zurück in das dorf die zwei sachen hier suchen gucken ob wir das finden können das würde ich jetzt einfach noch dranhängen und danach werde ich die folge beenden das bedeutet ähm 56 minuten das bedeutet wenn ihr jetzt keinen bock drauf habt zu sehen wie wir die beiden chat zu holen dann müsst ihr nicht gucken und ansonsten können wir noch ein bisschen dranbleiben oh hier ist eine scheitmaschine ok ich will nur schnell schauen ob ich die Schätze bergen kann wobei hier kam ich in den Bereich rein doch da bin ich doch irgendwie jetzt muss ich mich wieder orientieren also hier war der weg blockiert das heißt wir kamen hier durch hier durch dahin machen wir das mal ein machen wir das mal ein um da hin zu kommen Tatsache aber das können wir bestimmt auch nochmal ok das haus hier müsste das sein Monster scheinen hier jetzt erstmal keine neuen gespawnt zu sein draußen bleibt dieser Anhänger an meiner Waffe der wird mir irgendwann nochmal ein Herz ach ich bin so dämlich ja ich weiß noch dass ich hier den Schlüssel brauche ok ja das hat uns jetzt schon mal nicht weiter geholfen weil wir nicht wissen wie wir in das Haus reinkommen wie komme ich denn hier hin die Tür war dicht hier konnte ich hochklettern und hier hin hüpfen das brachte mir dafür nichts wir müssen es nochmal ein bisschen erörtern hier so hier konnte ich hier hoch dann konnte ich hier runter hier kam ich aufs Dach ok aber da kann ich nirgendwo hin ne das heißt ich lande wieder hier und hab hier immer noch diese verschlossene Türe ok die andere war auch hier unten Waffen der Wassermühle Maestro Sammlerstück Haus des Gärtners aber Haus des Gärtners macht auch nicht so viel Sinn wüsste ich jetzt auch nicht wo wir da sind sollen ok also ich würde sagen wir machen jetzt an der Stelle hier auf jeden Fall mal einen Cut ich laufe vielleicht noch ein bisschen brain afkar durch den Ort hier und gucke ob ich vielleicht doch noch irgendeinen Weg finde oder irgendwie ansonsten sehen wir uns oben beim Händler wieder wenn wir in der nächsten Folge starten und schauen mal wo uns die Geschichte sonst noch so hinführt scheinbar ja Richtung Puppenspieler ich hoffe auf jeden Fall dass euch das ganze hier gefallen hat wir sehen uns zum nächsten Mal wieder bis dahin machts gut so hier vorne